Die Reutlinger Kreiskliniken haben die Regelungen in Bezug auf Covid-19 für Besuche gelockert. Von jetzt an wird die Einschränkung, dass Patienten am Tag nur für eine Stunde von einer Person besucht werden dürfen, aufgehoben. Außerdem sind Krankenhausbesuche an allen drei Standorten jetzt wieder im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19.30 Uhr möglich. Alle Zugangswege zu den Kliniken werden darüber hinaus wieder geöffnet. Den Beschluss fasste der Krisenstab wegen der stabilen Corona-Situation vor Ort und der sinkenden Zahl der Neuinfektionen. Ein negativer Antigen-Schnelltest oder PCR-Test ist aber weiterhin verpflichtend. Genauso gilt auch weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.